Witz und so kommt heute auch mit Freudestützung von Jamf. Und zwar, Jamf ist eine Möglichkeit, eure Macs, iPads und iPhones unter Kontrolle zu behalten. Drei Stück könnt ihr von Hand irgendwie noch unter Kontrolle behalten. Aber was ist, wenn das Geschäft wächst, wenn der digitale Zoo von Geräten wächst? Das macht dann schwieriger, die Apple-Geräte von den ganzen Mitarbeitern in der Firma zu verwalten. Noch mehr, wenn die Leute irgendwie remote arbeiten oder zu Hause arbeiten oder auf Reisen sind. Mit Jamf.now könnt ihr Apple-Geräte einrichten, managen und Apps sichern. Ihr könnt euer digitales Inventar verwalten. Ihr könnt Wi-Fi und E-Mail-Settings verteilen. Ihr könnt Apps verteilen. Ihr könnt Passcode einstellen, dass der gemacht werden muss. Ihr könnt die Data-Protection-Geschichten von Apple aktivieren. Ihr könnt Geräte auslöschen oder die Location detektieren, wenn die geklaut werden oder wenn die verloren gehen. Ihr könnt euch auf euer Geschäft konzentrieren und Jamf.now hilft euch bei der Verwaltung der Geräte. Ihr braucht keine eigene IT-Erfahrung für das. Ihr könnt euer Geschäft heute schon absichern mit den ersten drei Geräten dauerhaft gratis. Und jedes weitere Gerät geht dann los bei nur zwei Dollar pro Gerät pro Monat. Das geht auf jamf.com.spitz. Das ist jamf.com.spitz. Herzlichen Dank für die Unterstützung an Jamf.now. Bis zum nächsten Mal.